Okay, wir haben... Wir haben ne Geige bekommen. Bleh, no thanks. Können wir doch mal... dem, äh, Antiquitätenhändler anbieten? Äh, ja. So. Mal hier. Was kann ich mit diesem bekommen? Nichts. Es ist sinnvoll. Aber das ist von dem großen Rüstweg von Bezteriki. Wer? One of the greatest musicians in the land. Or, at least that's what he says. I've never heard of him. There, it's useless. Und die Tauschen? What exactly are you... I just thought... No. That is the most... And as a result, the... So, that's a no to Trump. A very... Hmm. I think it would be easier to use this cute fellow another way. Aber wie kriegen wir den? Die, wir tauschen das ganz schnell. Kriegt er gar nicht mit. Oh, ja. Hold it. Oh, oh. Hmm. Oh, oh, oh. Hmm. Just get out of here. Okay. No, my clicker. Äh. Jetzt auf zum See. Und, dann werden wir jetzt mal... Ein wenig fiedeln. No, there's only one place I need to go and play this. Was ist das hier? No, there's only one... In den ganz bestimmten Ort. Das ist doch hier. No, there's only one place I need to go and play this. Muss ich nur in einem ganz bestimmten... Okay. Warte mal, wir probieren die mal hier zu sprechen. No, my testweise. Also probieren wir es mal in der Kirche. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass wir die Geige am See ausprobieren können. Hm, okay. Also irgendwas über sie. Irgendwas. Was mit dieser Tür hier auch? Nein, es gibt nur eine... Warte mal. Hm. Es scheint, diese Tür ist ein bisschen sturdier als die, die ich vorhin verbrochen habe. Nein, es sieht gut, wo es ist. Okay. Also irgendwas habe ich über sie. Aber was? Was haben wir? Geh nochmal zu den Musikanten. Hallo? Is anybody home? It seems very... ...quiet. ...I'm not sure anyone's home right now. No way, I'm... Gottfried? Ja? Entschuldigung, Herr. Sind Sie okay? Nein. Es ist zu früh. Zu früh. Wenn Sie keine Ahnung über Ihre Mädchen haben, dann verlassen Sie diese Kursen in der Stadt. Wie? Da ist in Ordnung. Warum bist du so traurig? Ist alles okay? Warum bist du so traurig? Lass mich, B-Girl. Kann ein Mann nicht nur seine Beine in Frieden trinken? Oh, Gott. Ich... Entschuldigung, Herr. Der redet auch. Weiter. Wir gehen, wie gesagt, noch mal zu. Sie kommen. Was? Nein, ich... Was? Ja? Wenn es ist. Wenn es ist, wenn das wo Philippe Summonen der Dragon ist, dann... Da muss... 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 Aber damit konnten wir jetzt nicht viel anfangen, ne? Ich werde nicht so schön... Verstehe das nicht. Hm... Das ist ein Gefahr. Ich will nicht, sie mich wieder in eine Trance setzen. Kein Weg. Hans, bist du da drin? Somewhere? Wir probieren mal, Hans die Geige zu geben. Geige... Ähm... Es war wirklich... Oh... Okay, ne, das... Wir können hier gar nichts geben. Funktioniert das jetzt hier nicht. Nein... Nein... Es ist nur ein... Du verstehst mich. Nein... Es ist nur ein... Platz, wo ich das hier gehen muss und spielen muss. Irgendwie... Irgendwie, ähm... Ist auch... Ja? Ich weiß unser... Ja? Ich weiß Ben ein bisschen mehr? Wie geht's hier? Ich bin sehr gut, danke. Dieses Ort ist schön und leicht. Und die Lampen sind warm, also ich bin sehr gut hier. Das kann man auch noch mal probieren, ne? Das ist gut zu hören, Ben. Äh... Amst du allein gut klar? You going okay on your own here? Oh, yes. I'm just happy we're finally here. I've walked way too much. This town, though... I'm glad it has the cure, but... I think I know what you mean. We're definitely not wanted here by the villagers. Well, like it or not, this is where the cure is, and we're staying until we find it. Exactly. We only need to stay as long as it takes, and then we'll find our way home. Wherever that may be for you, too. We'll find it. I'll make sure of it. Okay. That sounds good. Entschuldigung. I was curious. Has any more details of what happened before Winfrieda's tower come back to you yet? No. Not exactly. It's just that family portrait from Winfrieda's tower. I keep feeling like I know that girl. She's so familiar, but I just can't remember. Hmm. Well, if I find anything out about it, I'll let you know, okay? Yeah, that's a good idea. Thank you. The family portrait. I know who it is. The family portrait. I know who it is. Really? Yep. I showed it to the minister in the church, because he knows all about magic and stuff. That's Philip and his daughter Janneke, who went on to become queen. Queen? Oh, right. But now, now Janneke is missing, and no one knows why. So I've been thinking, Winfrieda, she must have been involved in it somehow. Are you okay? You seem a bit troubled. Well, it's just when I thought I recognized them. I guess it's probably not because I knew her. It's because everyone knew her. Oh. Yes, I see. I... I'm sorry. Don't worry, Ben. You'll remember more, sooner or later. I'm sure of it. I found a magician. Well, sorceress. I found her, and she can make the cure. But it's... complicated. Apparently it's not a sickness. It's a curse. A curse? Oh dear, who would do that to your grandpa? Winfrieda? No. Maybe. I don't know. But I'll need some time to find all the things needed to break it. Of course. Of course. Take as long as you need. Do you really think Winfrieda is the one who made my grandpa ill? Why would she hurt grandpa though? Unless... Unless she wanted me to leave the farm. If somehow she knew I had this power. Aha. She would want you to leave, so she could kidnap you. I think you're on to something here. But why not just come into the farm? Why not just kidnap me there? Hmm. Alright. Guess I better get back out. Okay. 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 Wir gucken jetzt einfach nochmal pauschal. Deviants? Deviants indeed, sir. Of the highest order. Well, the second highest. Who... Might a gentleman, who's not at all involved, inquire as to what they have done? I cannot say, good citizen, but the order comes direct from the queen herself. Well, queen to be. Bob, what have I told you about this? Once again, we're in the middle of an interrogation, and yet it's all about Bob, isn't it? Well? Yes, you're right. It's not always about Bob. I'm sorry, sir. It's quite alright, Bob. It's been a hard run today. What say we put our tensions aside and sample some of this fine establishment's offerings? What say you, good citizen? You will join us, won't you? Oh, uh, but, sirs, I'm not allowed to go in there. Nonsense! A man with a fine mustache is yours? Ha! What pish posh! Come along now. It's in order. Eh... And just like that, the Visefrauen went down and brought the orb up to me personally. Thrilling. You have the orb anyway. That's all that matters. Well, yes, but... You know that's quite a story, isn't it? Yes. Nothing beats a child prattling on while people lay cursed and waiting. Oh, yes. Yes, I'm sorry. That is but one item, child. Don't get too excited. There's still a ways to go. About the spell book you said you need. An old lady just took it from you, one of the most powerful spell books in all the land, and you gave it away. Well, not like that. I mean, she was nice about it and seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. Uh, alright. I will. I'm sorry. Don't apologize, child. Just get it back. What did you say about the rose again? An enchanted rose. From the tops of Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would know more on the legend. Wow, a dragon! Alright. The minister at the church. I best get looking for these objects then. Um, yes. Okay. I'll see you soon then. With the objects. Okay then. I really do love these. They're just so big and detailed and just lovely. I really do love these. They're just... It's a wanted poster made by the royal family. I don't know what this is about. I don't know. But I think we best get what we need and... Oh, hi Ben. I didn't know... Oh. And then the cowering thief turned and said... Uh oh. Oh dear. Uh, no. No, he said neither of those things. Whose story is this anyhow? Hold on. Hold on. You two know each other? Hi Anne. Uh... An innocent friend of mine. Who isn't Anna the wanted girl. Ah. Y-yes. Hello mister. Who is a normal friend of mine and not a bear. You know. There is a young girl wanted in the area that looks just like you. Oh. Like m-me? B-but I'm just a completely innocent girl. Ha 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 ha. An innocent, not guilty girl, you say? Say. You haven't seen a girl that actually is guilty then, have you? We can't find the lass anywhere. About the same age, as a bear fellow for a friend. Quite hard to miss, I'd imagine. Oh. Yes. Yes, I'd imagine so too. No. Definitely no bear friends. Ha ha. A friend for a bear. How strange. Strange indeed. But dangerous. So don't approach them if you do see them. You hear? Now where was I? Ah darn it, I don't remember. Hmm. Natürlich sprechen wir den nicht an. Wah. No. There's a... Not very nice... I really don't think I... I really don't. Ha ha. That wouldn't be useful, I think. Hmm. Are you okay? Be... Uh... Yes. Be... Um... Be... Bjorn? Bjorn. Bjorn is what my name is, isn't it? Uh... Abba. Er... Aper... Abby? Yes. Yes. Abby. I am well, Abby. Good grief. You travelers have peculiar conversations. Do you always quibble over your own names? Oh, yes. Nothing like Abby. Like a good name, Quibbling. Hear, hear. To quibbling. I can't turn down a toast. To quibbling. But yes. Yes, I'm fine. Thanks. Just to hurry. We should get going as soon as possible, I think. Couldn't agree more. I'm figuring this out as quickly as I can. I promise. Ja, ich hoffe auch, dass wir hier schnellstmöglich wegkommen. Oh, ich würde ja mit dem Drachen irgendwie hier... Oh, er könnte sicherlich die Lampen für mich lighten. Nur... Es ist so lange, seitdem er nichts but Bergen hat. Ich denke, er ist alles aus Feuer. Also nochmal zurück. Meine Idee war ja aus dem Feuer hier in der Taverne... Da... Hier. Irgendwie Kohle mitzunehmen oder so. Oh, nein. Diese kleine Dinge sind so heiß. Sie kochen den Brot. Oh, ja. Ja. Diese sind... Ah. Ah. Na, sind wir gut? Wenn man ein Stückchen zu weit rechts liegt, ist man sofort raus aus... Wir fragen Theodor nochmal. Theodor wahrscheinlich. Hallo, Theodor. Hallo. Okay, pass auf. Was ist das Sirene-Painting? Es sieht ziemlich schön aus. Ah, ja. Das zweite Painting. Das war eine momentische Zeit. Die Tür versiegelt. Ja. Diese Tür versiegelt. Sie hat es... folgen es, dass ich von etwas ausgeführt habe. Aber seit Jahren ist es gesammelt. Es wurde gesammelt. Das Gerät war völlig für die Liebe des Reden Dragons. Ich bin sicher... Aber ich bin aber ein altes Mensch, nicht ein Detektiv. Oh, ein Detektiv-Mystery. Vielleicht kann ich da vorsehen, um Always. Aber natürlich! Danke für eure Hilfe, die... Natürlich, Janu. Wir haben irgendwas übersehen. Okay, da war nichts. Ich liebe diese wirklich. Die links ist ein Schmerz. Die rechts ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Hold on. Hmm. Nein. Nichts über eine Belltower, glaube ich. Nichts wirklich aus der Ordnung. Oh, warte. Except das. Es gibt eine kleine Cluster von kleinen Symbols hier. Auf der rechts. Okay. I really do love these. They're just so big and detailed. And just lovely. No. It looks good. Oh. 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 With this, I don't even know if I'm pressing the right keys here. There's so many. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Du hast es geschafft! Schau mal das! Stairs! Das muss die Belltower sein, nicht wahr? Es kann nur sein. Die Stairs zu der Red Dragon's Bell selbst. Oh, wie spannend! Du willst nicht sehen? Komm schon, ich weiß, du wirst sie sterben sehen. Oh nein, nein, ich kann nicht. Ich bin ein bisschen nervös, glaube ich. Du denkst? Das ist ein Moment, in dem ich savor und zufrieden muss. Geh, junger Junge. Ich werde hier warten, für dich. Hm, okay. Wir gucken uns das mal an. Ich kann es nicht holen, aber ich nehme es sicherlich alles in. Was für eine Sicht! Wie schön, ne? Kann man irgendwie den Diamanten... Ach so, den Diamanten hat man ja weggeben, ne? Das Amulett, kann man damit irgendwas machen? Ne, ne? Wow! Was? Was? Ich kann alles, was ich sehe. Und alles, was da oben ist. Okay, ich dachte man kann irgendwie mit dem Millalong... ...äh, Millalong... Es ist zu weit weg. Die Dragon's Bell. Wie... Okay, pass auf. Ich kann es nicht von hier erreichen. Hm. Vielleicht der kleine Drache? Äh... Ich kann es nicht wirklich erreichen. Okay, wir probieren mal unsere... Unsere Kraft. Hm... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Warte! Oh, warte! Ich denke, ich sehe etwas. Ist das... Ich denke, ich sehe etwas etwas fliegen gegen mich. Ich denke... Uh-oh! Ich denke, es ist auf mich. Ah! 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 Oh! Ah! 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 Gesicht. Es ist für meine Familie, auch. Oh, danke. Danke sehr, sehr, sehr. Ah! Auf geht's. Zum Gläser in der Berg. Das war unglaublich. Ich kann wirklich nicht genug bedanken, Red Dragon. Ich muss nur schnell suchen, und dann können wir gehen, okay? Oh Gott, wie er geschniftet, ne? Ja, guck, dann geht's. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ich werde nicht versuchen, zu bergen. Ja. So. Ah! Nicht alles, Crank! Ah, verrückt! Und? Was? 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 Du kannst es nicht haben! Ich gehe immer weg! Aber... Weißt du, wo die Rose ist, Herr? Natürlich! Ich habe sie... Warte... Ah! Nein! Keine Idee! Keine Rose sind hier! Jetzt geh weg! Hm... 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 Wir pusten ihn einfach das Haus weg! Jetzt! Hm? Tu es! Tu es! was? Hm... Okay. Ähm, ich hatte... Ja, doch... Beruhig dich, Mädchen. Nein, ich benutze das nicht. Ist das jetzt nicht Wäscheleine? Ich denke, ich... Nein. Ich... Ich werde es einfach, wie es ist. Jetzt hätte ich das hier festgebunden und hier, dann kann das nicht zumachen. Nein, nein. Achso, okay, wir gehen mal hier hinter. Ausblick. Ja, dann mach mal, nimm mal auf, ja. Okay. Äh, das ist nicht so einfach. Ach, was machen wir, ihr Lieben? Hier, guck mal, man könnte das Haus zum Einsturz bringen, aber wieso? Tu es, tu es. Nee, ich glaube, so böse ist sie nicht, ne? Wir müssen was anderes probieren. Aber was? Können wir den Stein aufheben? Äh, nicht wirklich viel hier. Nur ein kleiner Knuck in der Mountain ist alles. Ich glaube... Ich glaube... Hm. Nein, 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 bleib doch mal da. Pass vor. So sieht er uns ja nicht. Heißt er rinkrank oder heißt er rinkrank? Schade, ich wollte ihm einen drüberziehen. Das macht man natürlich nicht. Nein, ich konnte... Aha, ich habe dich. Oh mein Gott. Entschuldigung, Herr. Ich habe nur einen Moment und... Was? Herr, bitte calm dich. Okay, das ist besser. Mecker, mecker, mecker. All right. Now, sir, I don't mean to cause you any trouble. My grandpa, he... He's really sick. And I don't care. Why should I help you? You're just a pesky little trespass in the air, Do-Well. You know, I... I think you know what it's like being up here all alone. See, if I didn't have my grandpa, I'd be completely lost. I wouldn't know what to do. Nooo, it's not trying to open you to my emotions. I don't have any. And if I don't find the Rose soon, I... I'll be all alone too, sir. If I give you the Rose, will you just leave me already? If you really want me to, then yes. Forever and ever. Fine, fine, fine. Open this window already. Im Hintergrund wird mein Drachen ständig schnippen. Thank you so much, Rink-Rank. You have no idea how much this means to me, really. I don't care. Go, scram. Los, verschwinde. And there I was, the band of thieves all around, their eyes on the royal jewels. Oh, yes, I see. Wow, you sure are brave. And just then, as I raise the sword, like glinting right off my steel. Sir, there you are. Well, no, wait, this is the best bit. It's the girl, sir. She's been spotted. What? What? Where? Sir, one of the villagers, they say they've seen her walking to this very town just this very night. By the stars. Right under our notice. The nerve. And the bear man. No sighting, sir. The bear man. What are you asking around about both of them, sir? Well, maybe it's a good idea to see if they've left the village. Because if I was them, but I'm definitely not. Definitely not. Well, that's what I'd do. Run away. Far away. Oh, hurry, Anna. And even though he didn't like having his beard trapped, he was forced to sit still for just a second to hear me out. I didn't take you for the violent type. But, no, that's... Oh, you don't think that's violent, do you? Hush, hush. I'm teasing for goodness sake. So, two down, one to go. Oh, if you wish to discuss the last one, hurry up about it. The sooner you get the last item, the sooner we can save your grandpa. Wegen dem Zauberbuch, was, was, was du brauchst. About the spellbook, you said you need. An old lady, one of the... Hm, 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 hm. Never mind. Hm. But all right. Don't apologize, child. Okay. I best get... So, ihr Nasen, wir haben jetzt schon zwei Gegenstände und brauchen noch einen. Hm. Wir gehen auch mal in die Kneipe. Okay. Hier rein, Mädchen. Hey, so... Gil looks kind of like he needs another drink there. Gil will make sure I... Alright. Hi. Bist du dunkel auf einmal? Wir gehen auch mal rein. Also, ich hoffe, ihr kennt noch was. Ich weiß nicht, warum das jetzt so dunkel ist. Grandpa told me that beer is really bad for... He told me it damages your... Hm. 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 Hey. Gil will make sure I know when he needs another. Alright. Hi. Uh... Are you okay, B... Björn? Björn. Björn. Björn is what my name is, isn't it? Uh... Abba. Er... Abber... Abby? Yes. Yes. Abby. I am well, Abby. Good grief. You travelers have peculiar conversations. Oh, yes. Nothing like a good friend. Here, here. I can't turn. But yes. Just hurry. Couldn't agree... Das hatten wir ja. Wir sprechen ihn mal, hm? He doesn't seem to be a particularly chatty... Hm. Hm, hm, hm. Okay. Was können wir jetzt tun? Hm. 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 Hm.